Hallo, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Mario Kart 8 Deluxe. Mal testen, wie es mit der Elgato läuft. Ja, spiele Peach und mal schauen. Ha, fängt ja schon mal gut an. Das war jetzt nicht so optimal. Ach, dammit. Nein, ich bekomme... Oh, wow. Oh, man kann er nicht hoch. Mit 10 Teil. Ah, ehrlich, dass ich jetzt nicht bekommen. Fuck. Wow. Die Geistern haste ich so dermaßen. Okay. 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 Das Knochen trocken vor mir. Oh mein Gott. Die Zeit will ich nicht sehen. Ähm. Nochmal Käseland. Ich glaube, das ist eine gute Map. Für diese Lobby. Und ich hoffe auch, dass jetzt regelmäßiger die Videos kommen. Ich habe jetzt ein neuer PC. Bin umgezogen. Oh. Spiegel verkehrt. Oh ne. Ich bin hier überhaupt gar nicht der Freund. Ich habe jetzt einen Summonier. Oh mein Gott. Ja. Ja. Der hat schon einmal. Oh. Ja. Komm. Ja. Ja. das abschüsse lohnt sich jetzt nicht weil der hat die fans wow ich hab's nicht gesehen aber haha er hat es abbekommen haben wir jetzt einzummen hier perfekt Ich habe die Banane fast nicht gesehen. Noch ne. Wow. Eigentlich hatte ich noch die. Das wäre mies wenn die mich getroffen hat. Hätte. Aber Spiegelflecker ist so schlimm. Moment das so selten fährt. Äh. Loshital. So. Jetzt habe ich irgendwas umgestellt. Beim OBS. Na ja. Auf willkommen der gute Map. So. Spiegelverkehrt. So. Kommt das immer. Mann. So. Hä. Ach. Fällt dir immer schon mal gut an. Das. Das wird nix. Das war's. schade mach ich weg oder und da war ein Pumoran glaube ich eigentlich weil ich einen Zweier hatte oh haha ich schicke den Kullikalen auf Auswaschen oh man kommt doch nicht so lange das war jetzt belastend jetzt und бuff muss das gehen das war jetzt das war echt eine knappe sache vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal